Leute, kennt ihr noch Marlon? Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Falls nicht, habt ihr echt was verpasst. Sucht einfach mal, sonst mal nach SkyGuy Marlon, sonst blende ich euch hier einfach mal 1, 2 Szenen vom guten Marlon ein. Marlon ist eine absolute Legende, okay? Marlon ist somit eigentlich der schlimmste Junge, der mir jemals im Internet begegnet ist. Und es ist lange Zeit ruhig um ihn gewesen. Marlon hat sich überhaupt nicht mehr blicken lassen. Der hat ja mehrfach wirklich hier auf diesem Server Hausverbot bekommen, durfte hier nicht mehr rauf, hat immer Mittel und Wege gefunden, um hier wieder auf den Server drauf zu kommen. Jetzt mittlerweile ist es 3 Jahre her, dass ich was von ihm gehört hab. Marlon ist so der Typ Junge, würde ich mal sagen, um es mal einfach auf den Punkt zu bringen. Er war im Jugendknast, weil er irgendwelche Paysafe-Karten, irgendwelche Steam-Spiele abgezogen hat. Also es schon richtige Internet-Straftaten begangen hat. Wisst ihr, Marlon hat einfach alles zerstört. Er hat es einfach auf die maximale Spitze gebracht. Wenn Marlon erstmal ausrastet, dann rastet er richtig aus. Und ich hab gehört, dass das hier einfach der echte Marlon sein soll. Der OG Real Marlon. Er heißt ja sogar Real Marlon. Und ich bin jetzt mal gespannt, ob das wirklich so ist, Leute. Wenn wir hier jetzt wirklich gleich mit Marlon reden, ne, bin ich echt gespannt, was passieren wird. Marlon ist einfach so eine Legende. Ich hab ihn seit 3 Jahren nicht mehr gesprochen. Ich hab nichts von ihm gehört, gar nichts. Wir werden sehen, ob er immer noch so ist wie früher. Weil wenn er immer noch so ist wie früher, Leute, dann glaube ich, sollte er auf jeden Fall den Server verlassen. Ich bin hier gerade auch schon mal so ein bisschen am Schauen, was er hier so auf seinem Grundstück hat. Marlon war nämlich auch die Sorte Spieler, die gerne mal ein paar verbotene Sachen getan hat. Also ein Beacon hat er hier auf jeden Fall. Sonst sehe ich auf jeden Fall nichts weiter Auffälliges hier. Er meinte, er muss sich Teamspeak runterladen und irgendwas installieren. Und dann kommt er gleich. Dann kommt er gleich in den Teamspeak. Er wollte mir schreiben in Minecraft. Er soll sich jetzt mal beeilen. Leute, er ist da. Leute, er ist da. Wartet mal, bin ich vielleicht... Ne, ich bin nicht im Vanish. Leute, wenn wir jetzt gleich mit Marlon reden, mit dem echten Marlon, dann ist es vorbei. MSG, Real, Marlon. Hat alles geklappt? Er ist in der Eingangshalle. Okay, wartet mal. Ich gehe mal aus dem Aufnahme-Channel raus in meinen Channel. Wäre ein bisschen auffällig, wenn ich im Aufnahmeraum bin. Und dann moven wir ihn mal. Ja, Leute, es ist wirklich Marlon. Und er hat sich einfach kein Stück verändert. Kein bisschen. Er ist noch original. Der Alte ist zwar einfach zu lustig, mal wieder mit Marlon zu reden. Kleiner Spoiler, Leute. Er hat auch wieder den ein oder anderen Ausraster geschoben. Also, klickt jetzt hier drauf. Guckt euch das ganze Video an. Auf dem Kanal, wo dieses Video hochgeladen ist, wird es jetzt mehr solcher Videos geben. Das heißt, klickt jetzt hier. Einmal hier draufklicken. Los, Leute. Klickt jetzt. Klickt, klickt, klickt. Klickt jetzt hier draufklicken. Lasst hier auch noch bei dem Video einen Daumen nach oben da für den Algo. Oder klickt jetzt hier drauf. Oder ihr könnt auch in die Videobeschreibung klicken. Da kommt ihr zu dem neuen Kanal. Abonniert den. Und dann, Leute, viel Spaß beim Marlon Comeback. Ciao, ciao.